Hallihallo alle zusammen, heute Abend das zweite Spiel der Vorrunde 3 aus Gruppe A. Griechenland gegen Russland, für mich eine recht klare Entscheidung. Ich tippe auf ein 3 zu 0 von Russland, die mittlerweile schon Gruppensieger sind und eigentlich gar nicht mehr verlieren können, glaube ich. Ne, können sie nicht. Griechenland, Gruppenletzter, ich glaube nicht, dass sie wirklich eine Chance haben. Wie gesagt, ich tippe auf Russland, schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Euer Tipp, wie wird das Spiel ausgehen, wie viele Tore und für wen. Ich bin gespannt. Lasst eure Meinung nieder und dann würde ich sagen, bis morgen zum spannenden Deutschland dritten Vorrundenspiel. Bis dahin. 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 Bis dahin.